Ich fahr schon mal Tschüssi! Nein, bleib hier! Ja, und so beginnt natürlich schon wieder die neue Folge Chess macht wieder ihren Solo-Kram, denn sie will nicht mit anderen Kindern spielen Nein, wir sollen ins Dingie einsteigen, komm! Gleichlich sollten wir einsteigen, aber sie... Was? Zu behaart? Das hab ich nie behauptet. Du hast einen behaarten Sack? Haben wir nicht alle einen behaarten Sack? Ja. Du hast wahrscheinlich zwei behaarte Trockenpflaumen, oder was? Oh Gott! Okay, äh... Behaarte Titten. Zwei behaarte Trockenpflaumen, was? Das war der, der von dir geklaut hat. So schön schlumpelig, weißt du? Wui! 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 Du darfst einfach drauf. Wui! Ich hab Angst. Seid ihr auch alle gekommen jetzt? Ja, das auch. Das siehst du nicht hier überall, die ganzen weißen Wellen? Ja, was da hinten so rausspritzt, das weiße Zeug, das ist halt... Das ist aber ordentlich viel, nur bei euch. Ja, ordentlich Druck drauf, ne? Druck auf den müssen, ja, ja. Haha, Jess, wir sind einfach zu gut. Äh, ja. Äh... Das bringt uns um. Wir werden hier in dem Orkan sterben. Wir werden sterben. Das wird schon, denke ich mal. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Boah. Nein, das kommt gar nicht mehr. Okay, warte, links oder rechts? Was hat das jetzt gesagt? Hinten rein. Das ist die rechte Seite. Ja, ich weiß schon, was da hinten ist. Du willst doch wissen, wie vielzeugläger aussieht. Also da, ja? Ja. Das ist ein, der eine Flugzeug rumträgt. Oh, jetzt sind die Wellen weg. Oh, jetzt sind die Wellen weg. So, nur am Springen hier. Der Belästigung. Okay. Ey. Und nicht sofort drauf losballern, sondern erstmal reingehen. Wir sollen jetzt Wasser springen. Aber. Juhu. Drück mal alle F. Los. Nein. Drück mal F. Wer traut sich F zu drücken? Wer traut sich F zu drücken? Du, mach los. Mach eins. Genau. Ich nehme meine Hände lieber weg von der Person. So, und jetzt musst du hier hinten reinfahren. Na, ich dachte, zu dem gelben Buch muss ich. Nein, ja, schon. Ja, das ist ja quasi. Aber du fährst dann da rein und dann klettern wir nämlich da rein. Wir müssen jetzt nämlich tatsächlich rausspringen. Ja. Und das starte gerade zwei Chats. Ist es nicht schön? Nee, da doch nicht. Hinten rein. Ich hätte jetzt auch da gedacht. Er sagt da. Ja. 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 Das ist das вариант. Ist halt einω Herrge. Die hier haben. affirk ich bin doch auch nicht nochmal und nicht gleich. Und so gut, id allows raus und nehmt bitte erst mal die geschalldämpften. Ich habe eh nur, also der E-Gestalldämpfte. Ach, wobei es ist ja sowieso scheißegal, die kriegen sie sowieso gleich mit. Also hier stehen jetzt Leute rum, ne? Vom Militär, die müssen wir jetzt alle töten. Nacheinander. Komm leider nicht, ich kann leider nicht nach oben noch. Ja auch nicht. So genau, jetzt haben wir den Alarm ausgelöst. Ist doch geil. Ja ist es auch. Jetzt kommen alle. Weh, 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 weh. So, mich hört tatsächlich an die Weh, weh, weh. Oh, ich bin gleich tot. Echt, schäm dich was, schäm dich was. So. Wir müssen uns jetzt hier noch ein bisschen vorwärts kämpfen. Dahinten sind übrigens noch mehr Leute, ne? Nur mal so. Die schießen alle auf mich, weil ihr einfach wegrennt. Rennt nicht weg. Ich dachte, ich schieße von oben. Oben ist auch jemand. Ne, triffst du eigentlich mal? Ja, okay. Jetzt muss ich jetzt schnell mal ein paar Snacks essen. Oh, du lebst ja immer noch mit Pisser. Ach, ist das Drama? Hä? Oh nein, was ist los? Oh, ich dachte schon. Da hinten sind noch welche, okay? Ich hab gar auf dich geschossen. Warum? Fuck. Da sitzt da jemand. Ach, ne, das war Peacemaker. Wieso bist du gestorben? Äh, der aus der Deckung rausgeschossen hat. Ja, der steht da oben. Hatte ich ja. Ja, da wusste ich nicht, dass da oben noch einer ist. Okay, junger Mann, wo sind denn sie? Wo ist der Lümmel? Hm, in der Hose. Der ist gar nicht hier. Willst du ihn mal sehen? Genau. Möchtest du mal den Lümmel sehen? Ich bin gerade am Nachdenken. Also hier waren... Also hier waren... Genau, hier waren die schusssicheren Westen und noch ein bisschen Erste-Hilfe-Zeugs. So, der Typ ist tot. Der Weste wär gut. Drei, die sind hier hinten alle. Ansonsten... So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz drüber nachdenken, wie wir wieder hochgekommen sind. Ich nehm die Treppe zum Flugdeck. Ich glaub, wir müssen hier wieder zurück. Oder, ne, da oben nicht. Ne, ne, wir müssen wieder zurück. Okay. Und... Ja gut, der Pfeil ist ja auch da hinten irgendwo. Buh, erstmal gehen die Wand laufen. Was ist jetzt passiert? Ich auch. Oh shit. Was soll die die Kacke hier? Der, der war nicht mal angezeigt. Ne, der kam jetzt auch irgendwie völlig roh ums Eck. Ich häng grad hier rein. Ja, ich muss jetzt erstmal was essen wieder. Alter, Moment. Der hat mich jetzt übel erwischt. Panzerung, hab ich noch was? Ich hab noch eine schwere Empfehlung. Ich zieh doch grad auf den. So, dann ess ich noch ein paar Snacks. Ihr will davon nix mehr. Dann kriegt ein Ego-Chaser. Boah, sind mega viele Leute. Hier ist, hier ist Dings. Hier ist Leben. Wenn einer braucht. Ich nicht, ich brauch den nicht mehr. Ja, ja, ja. Aber meine Panzerung ist schon wieder tot. Ja, ja, ja. Und so. Meine kleinen Schnitten. Aufpassen. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. stehst du jetzt auch zum Nachladen. Und so. Und so. Ja, komm mal hoch. Hast du den hab ich erwischt? Ja. Aber du lebst immer noch oder was? Nee, bist du. Oder du lebst noch. Keine Ahnung. Sag mal, wo sind denn die beiden hier? Hast du den da hinten? Oh, das bist du. Fuck. Ich werd' beschossen von. Schon wieder tot? Nee. Oh, fuck ey. Seen. Seen. Und wozu kann er werden die Menschen wieder beschossen? Da hinten ist einer in Deckung. Ich muss jetzt dringend wieder Snacks essen. Hinter dir. Snacks. Da ist er doch. Er ist tot. Jut. Ich glaub das war's, oder? Ja. So in etwa. Jetzt heißt es stehe die Hydra und ich werde die Hydra stehen. Ja, dann stehe meine Hydra. Und ihr werdet mitfliegen dann. Bei dir? Was? Nein. Oder zumindest diejenigen die sich zutrauen ein Flugzeug zu fliegen. Ich �ge nicht. Ich kann das auch echt nicht fliegen, definitiv nicht. Neeh nee 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 nee. Das mach ich nicht. Auf Fr Mercil, Franz? Nein, das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Was? Wir haben auch einfach kein Tierleben mehr. Und wenn ich jetzt irgendwas fliege. Ich weiß nicht mehr, wie ich das… Ich hab kein Ambissenke. Wieso? Was meint ihr denn. Was soll ich jetzt tun? Weinen. Wir können ja auch noch hier. ANE EINESE KHELLA Abgeordnissen und Todesignal. Weil da läuft einfach alles weg, was hier rumläuft. wieso will der jetzt nicht so wie ich will sie keine autos und jetzt muss ich irgendwie noch die waffen umschalten kann ich verkehren wie kann ich ihn auf raketen stellen mit dem james hat gerade das ist so rechte seite da gibt es diese vier tasten und davon ist die linke ich will sofort abkacken wer das bei mir auf mann ist okay alles klar danke bitte gerne so dass wir die nämlich erst mal alle abschießen und sobald wir das dann erledigt habe jetzt bitte baut keine scheiße tötet uns nicht ja und wenn schon dann machen wir es halt noch mal wer nicht erst einmal also das wird jetzt ein bisschen dauern ja weil wir halt einfach nur zwei leute sind ich denke es lieber wieder aus das ist ja schätzt ich schick das nicht der müsste hier ist die wie wie siehst du die angreifenden chats nein sind die bei dir also auch sichtbar vielleicht sind die alle noch da 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 fliegt noch zu ist jetzt auf der karte ja ja ich war ja auch gerade angeblich ich glaube ich habe jetzt ein abgeschossen wie schießt man mit dem natürlich die haben alle natürlich auf mich was hast du denn erwartet ich glaube es ist noch einer da bei euch jetzt die nächsten noch eine ganze menge also einer versiegt es gerade wieder angetanzt die immer armlänge abstand auch im fliegen auch im fliegen ja ich glaube ich habe ihn wir haben ja ich glaube noch fünf oder so ja also wenn du so oft normal auf die karte und in der ecke guckst dann sehe ich es auf jeden fall mehr als wie auf der anderen karte ach da oben sind noch welche ja das muss ich mir auch angucken ach das bist du ok ich hau jetzt mal ganz kurz ab so und jetzt wehe ich nochmal und ich hoffe dass ich ihn anstattere eigentlich da sind fünf die noch nicht weggeflogen sind ja genau drei die noch irgendwo stehen also fünf die noch irgendwo stehen das bist du da drüber ach so das bist du ein PC ich bin äh genau die sind irgendwo ganz weiter in der ecke die die drei wo du grad schon hinfliegt und ich schnapp mir die anderen beiden ja du 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 ich bin so toll was hm was läuft schon ist jetzt eine Pinocchio Nase gewachsen genau ne was anderes oh anderes groß geworden ja willst du mal meine Nase ziehen willst du wirklich dass da jemand dann zieht ne 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 das hat mein Kater irgendwann mal gemacht ne 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 Ich dachte, du magst das momentan. Ja! Man muss ja auch ein bisschen neue Erfahrungen sammeln. Hast du recht. Also ich sehe hier jetzt keine, wo sie denn hier fliegt. Angeblich wären da welche, aber ich... Doch, die fliegen gerade weg von mir. Die fliegen gerade alle zum Lava. Ja, warum? Ja, Lava, dafür Spaß damit. Ja, weil die auch nicht scharf sind. Ja, ja, ich sah halt hier. Ich bin geil, du nicht. Die sind richtig gut um mich rumgeflogen, so. Damit du die nicht siehst, quasi. Wie wir nicht feiern gehen. Was? Ja, dann fliegen sie auch mal ganz viele Leute um ihn rum. Deine Jet ist jetzt... Wir sind alle bei dir dran. Habt ihr schon welche abgeschossen? Natürlich. Ich bin, glaube ich, weggeflogen. Ich bin ständig am Abschießen. Ja, okay. Weil nur drei, ähm... Drei da sind ja dann, weil wir weg. Ja, ja, genau. Ich glaube, da ist Lama, die eigentlich schon erledigt. Da, da unten, da sehe ich da was. Oh Gott, das ist jetzt nie im Leben gestanden. Ich kann schon fünf zu stark mal explodieren. Wenn das was mal gesagt hat. Noch zwei Stück. Ja, okay. Nein, dürfte ich jetzt dran? Tot! Einer noch. Genau. Also ich seh's mir nicht weg. Der legt Fisi an. Ja, super. Gut gemacht. Wunderbar. Jetzt müssen wir aber nicht alle da hin, oder? Nee. Also das Wettung. Wir müssen uns hier mal abholen. Hier, wir schwimmen. Warte, ich lande noch mal. Könnt ihr euch bei mir auf dem Sprügel draufsetzen? Oh ja, klar. Dann tanzen wir da drauf. Wir wollen jetzt nicht sterben. Moment. Ja. Meine Haare machen voll. Die Texturen meiner Haare verziehen sich voll, wenn ich das hier drehe. Yay. Voll lustig. Was? Spaghettihaare. Hallo, 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 hallo. Hallo. Kreise dich. Nee. Das ist hallo, hallo, hallo. Ich hab auch die ganze Zeit des Dings noch. Oh. Oh. Jetzt kommt fliegt man das. Ist das nicht eh die Musik aus Top Gun? Kann das sein? Keine Ahnung. Wir hören keine Musik, Jazz, oder? Nein. Wir haben uns hier Danger-Saison. Ja. Ich schieße den Alarm. Ich schieße den Facken. Oh Gott. Okay. Was ist kaputt? Ja. Ich bin dabei. Nee, ich krieg dieses blöde Scheiß, den ich gelandet, ey. Also ich hab's gelandet, aber... Nee, ich schaff's gerade nicht so recht, ähm... Wachst dir jetzt zu explodieren. Ach, ich hab das Fahrwerk nicht ausgefahren. Hahaha. Ich hab's Fahrwerk gar nicht eingefahren. Das erklärt einiges. So, und jetzt kann ich da vorfahren, oder was? Diese Scheiß... Wir sind wie ein unfähigen Piloten, meine Damen. Ruhe jetzt. Unfähigen Piloten sind wir. Hahaha. Ich muss wahrscheinlich... Ah, ich weiß, was ich falsch mache. Bin gelandet so. Jetzt kann ich fliegen. Jetzt kann ich fliegen. Ich bin ein Horst. Ich kann natürlich trotzdem wie ein normaler Jet fliegen, wenn ich will. Ich bin echt ein Horst und dann kann ich da auch einparken und dann ist alles gut. So, liebe Kinder, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man das höchst professionell macht. Wie man einfach überspielt, dass man scheiße fliegen kann. Genau. Ich bin jetzt gescheitert. Wie immer. Das ist jetzt gescheitert. Wie immer. Wir haben das Jet, um ein wenig Geld zu machen, um ein Öl-State zu machen und wir prepfen den Insurgent, um zurück zu den Mary-Wedda-Slee. Wir dürfen leider nicht mehr mitmachen, Jess. Was? Wir sind nicht mit dabei, leider. Wir sind ja noch am Flugträger rum. Da kommt der Elefant. Oh, das wird auch noch klasse. Ja, das könnte jetzt eine kurze Folge gewesen sein, wa? Viertelstunde, geht. Geht, ne, kann man machen. Alles über ne Viertelstunde ist ja sowieso immer Bonus. Guck mal, wie ich mir gar alles gemacht habe, du kriegst das schon mal. Nee, ich hab diesmal echt nicht viel gemacht. Ich hab wenig abgeschossen und Jets wenig abgeschossen. Ich hab alles gemacht. Ja. Also von meiner Warte aus war es schon verständlich gewesen. Genau, siehste. So. An dieser Stelle, sag doch mal einer ganz lieb tschüss. Ganz lieb tschüss. Tschüss, meine süßen Zuckermäuschen. Tschüss, ihr kleinen Pupsies. Oh mein Gott. Tschüss. Ciao. Ich krieg hier gleich Diabetes.